So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Feed the Beast Und ja, letzte Folge haben wir hier den zweiten Stock reingemacht So langsam wird das Haus was Und wir brauchen keinen neuen Stein mehr Aber, oder? Brauchen wir da um die Ecke und so? Ich glaub nicht, ne? Hier haben wir alles drin, ne? Hier kommen auch wieder, ähm, sag schon Äh, 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 Fenster rein Oder? Ja, hier, auf jeden Fall hier Wie das da vorne ist, weiß ich noch gar nicht Ich muss mal gucken Weil ich ja hier auch ein Lager machen wollte Aber ich denke mal, wenn ich die Kisten alle so an der Wand habe, geht das auch Wir brauchen auf jeden Fall weiteren Dschungel, äh, Dschungelholz noch So Und wie hoch muss ich das denn hier machen? Ich glaub, äh, warte mal So, okay, dann So hoch Und dann müssen wir dann auch mal ein Dach drauf machen Weil dritte Etage Ich glaub ich nicht, ne Glaub ich nicht dran So Haben wir denn, äh, Dreck, okay Aber hier vorne muss noch Muss da nicht noch? Ne Alles ist drin, okay Das heißt, die Bäume, diese Gummibäume, die müssen endlich mal wachsen Und ich wollte, ach ja, genau Ne, ja, das wollte ich machen So Ja, haben wir das schon Und ich komm hier einfach nicht rüber Das gefällt mir nicht So Hier habe ich auch aus irgendeinem Grund Okay Dann kommt hier trotzdem ein Fenster rein Und ich, ja, ich muss hier mal Auah Das tat weh Dann werde ich mal gucken Haben wir Wir haben einmal Knochenmehl Ich denke euch mal Ich werde mir einen von diesen komischen Gummibäumen mal eben züchten Ups Ach, die können nebeneinander nicht Na, super Hätte ich auch vorher Äh, wieso, wieso funktioniert das normal in Minecraft und hier nicht? So Noch ein Und dann haben wir hier schon wieder Tropenholz Das finde ich echt komisch Dass man Da draus dann das Tropenholz bekommt Aber mir soll es recht sein Dann brauche ich nicht extra in den Dschungel laufen Und wir kriegen die zweite Etage fertig Yay Wir brauchen noch einen Zaun Glaube ich Oh Oh Kriegen doch nicht die zweite Etage fertig Was lücke ich denn hier rum, Mensch? So Ja, und wir müssen auch unbedingt mal wieder In die Minen gehen Und brauchen So viel Zeugs Und ich will ne Treppe bauen Äh, ne Treppe Nein Guck, das war es schon wieder Ich müsste mal gucken Ähm, Gummibaum Ich glaube, wir haben hinterm Haus noch einen Ui Ah, okay Mal sehen Ja, hier ist einer Hier ist einer Hier ist einer Ne, ist keiner Oder? Ne, das ist normaler Gummibäume, Gummibäume Hier haben wir die Bäume Die da, wenn die schlachten Ähm Hallo? Oh Da war gerade Irgendwas mit dem Chunk Nicht in Ordnung Ähm Komische Bäume Ah, hier vorne Hier vorne Ich finde die Bäume echt komisch Die sehen fast so aus Wie die Soul Sand So, das Holz So Die Holzblöcke So Vorne Ne, das ist normaler Hier ist noch einer So Wir müssen uns auch unbedingt Die Kühe mal einfangen Die auf dem Auf der Insel waren Ähm Ähm Wieso habe ich hier Einen Turm hingemacht gehabt War ich da unten Aus dem Wasser gekommen? Äh Das heißt Ab ne house So Hier ist aber auch noch Sand Huch So, so, so Und dann ab ne house So Sieht schon gut aus Der eine Baum hier kann eigentlich auch weg Ich will jetzt hier keinen Baum am Haus haben Und den hier auch Vielleicht Das sind so kleine Minibäume Ey Das ist Nichts So Das wird ja gut Und der Baum da vorne ist sowieso schon tot Dann können wir vielleicht auch hier von hier aus reinspringen In das neue Haus So Erstmal mache ich mir so ein bisschen mehr von dem Holz hier Ne Ich komme da so nicht rein Schade Okidoki Ja Äh Kann vielleicht so ne Ja Sieht ganz gut aus glaube ich So Okay Dann kann ich hier von unten schon wieder weiter bauen Das ist ja gut Und dann wird das Der zweite Stock schon in dieser Folge fertig Dach Weiß nicht ob ich das heute noch hinkriege Weil ich auch gerne die Den Weg Beziehungsweise die Brücke machen will Und 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 so viele Sachen andere machen Und so viele Andere Sachen machen möchte So Ich packe hier erstmal Oh damit hier keine Monster reinkommen Vielleicht Ach komm So Ja Miti Was denn los So Haben wir noch Glas Oh schön Dann würde ich hier einfach mal ein bisschen Von diesem Eichenholz verballern So Hier muss noch einer reingedrückt werden Klatsch Hier unten Was kann man denn hier am besten hinbauen Schweiß es nicht Auf jeden Fall müssen hier Fackeln hin Die wir nicht haben Und hier muss Okay ich brauche Fackeln 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 Hier haben wir welche Gut Ähm Ne Ne Das war alles richtig Warte mal Warte 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 Das kann zusammengelegt werden So Fackeln Dann würde ich mal ein paar hier aufhängen So Zack Und dann müssen wir hier auch die Dings reinzimmern Die Ups Die Meine Güte Was für Musik So Zack Und dann mal gucken Hier so zumachen Ach Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen So Fertig Fertig So Jetzt wollte ich hier die Kisten hin haben Aber genauso Hier Also müsste ich eigentlich nur das Glas Hier hin machen Wenn das geht So Ich fange hier hinten mal an Jetzt erstmal hier So Fackeln nicht vergessen So So Dann müssen Kann ich hier oben die Fackeln hin machen So Ich klatsche jetzt einfach mal irgendwo Fackeln hin Und dann hatte ich mir das gedacht Jetzt habe ich es falsch vermisst So Dann kommt hier wieder das normale Holz hin Dann werde ich mal kurz euch zeigen Was ich mir gedacht habe Ich muss mal eben hier Holz reinzimmern So Zack Und hier Ja hier auch noch Aber hier nicht Hier kommt dann wieder Glas rein So Und die zwei Kisten Genau Hier haben wir sie schon Und ich bräuchte mal kurz Eine Crafting Box Die wir nicht haben Müsste ich auch noch mal Im Craften Aus 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 dem Holz hier So eine Crafting Box Machen wir mal kurz Und Was noch Brauchen wir noch Glas? Ne Und dann mache ich mir mal eben Aus Dschungel Holz Solche Halbstufen Machen wir mal eben ein paar mehr Oder sollen wir ein anderes Material nehmen? Ist ja nicht viel Auswahl So ich gehe mal kurz Oh ich muss unbedingt hier noch ein Dach reinkriegen Und hier kommt Können wir dann immer noch kaputt machen Das Glas finde ich So Hier kommt auch noch Glas Ah Mist Ein Glasblock Wirklich? Oh das ist gemein Naja Ähm Mal eben gucken Hier kommt auf jeden Fall Geländer überall hin Denk ich mal Hier mache ich die Werkbank hin Und Dann Eine Kiste Ich muss mal kurz gucken Da würde ich dann gerne So Äh Hier so Dings drauf machen Und dann die Kiste Oh Nö Shit Falsch geplant Mal kurz gucken Ich hole mal eben das hier kaputt Mist Ich habe falsch gedacht Das müsste hier hin Die Kiste hier Hä Wartet mal Kiste Dinger Kiste Hä Irgendwie passt das nicht Warte mal Wenn ich hier eine Kiste hin mache Ähm Kommt dann Warte mal Ich mache da mal Dreck rein Den kann man ja immer wieder weg machen So Dann wollte ich hier diese Halbstufen Genau Kriegt man da auf Und dann kommt hier die nächste Kiste Drauf Ähm Ähm Warte mal Warte mal Die Zeit ist schon wieder um Krass So wollte ich das eigentlich haben Ja So ist doch richtig Jetzt müssen die nur mal gucken Wo ich das Fenster Äh Da ist gar kein Glas Aber ich kann auch keinen Zweiten Stock ohne Glas Ich kann ja trotzdem Glas Da hin machen glaube ich Oder Ja Und sieht gar nicht glaube ich mal so schlecht aus Da oben kommt das ganz normale Holz wieder rein Jetzt brauchen wir dann nur noch ein bisschen Glas wieder Hehe So Okay dann brauchen wir nur noch zwei Glas Und holen hier Mal eben gucken Dann kommt hier wieder ein normales hin Dann wieder eins Zwei Normal Normal Voll das Glas verschwendet hier Und wie hier die Ecke Oh das ist alles so unsimmig Obwohl nee Ist es gar nicht So Und hier in die Ecken machen wir rein Da machen wir das Dschungelholz rein Habe ich gerade so beschlossen Oder 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 Ja Ja doch Machen wir so Holzsäulen rein Die auch So Und dann können wir hier Die Halbstufen dran machen Ich finde das sieht gar nicht mal so schlecht aus So Dann müssen wir hier in die Mitte Ähm Äh Ja Lassen wir das frei Und packen da Schildern Ich glaube schon oder Ja Ah Ich glaube schon Ja doch So Dann können wir hier eigentlich schon Noch ein paar mehr Von den Kisten machen So 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 Wir haben natürlich noch mehr Holz Ist ja Ist ja klar ne Jetzt habe ich gar nicht mal auf die Uhr geguckt Die Folge ist schon fast wieder zu Ende Crash So Eine Kiste können wir noch So Ach Von den Stufendingern haben wir noch was Das müsste nämlich hier auch vorgefohr Äh Weitergeführt werden So Ich muss mal kurz gucken Hier vielleicht in die Mitte eine Kiste hin So Und hier weiß ich noch nicht ob ich da auch Ich brauche noch mehr Dschungelholz Hey So schnell weg So ich mach mal hier So Damit man so den Unterschied erkennt Seht ihr ja ne Ich find's cool Doch Da müsste noch ne halb Das muss irgendwie alles so ein bisschen Wohl ne Da müsste normales Holz in die Ecke wieder Oder? Sonst sieht das nicht aus Dann kommt ja hier dieses normale Holz hin Oder? Ich glaub das sieht besser aus Muss ja nicht mal alles zugekleistert sein Ähm Ja Wir brauchen mehr von dem Ähm Von dem Von dem Komischen Holz Das Äh Eingucken Haben wir denn noch Knochen? Äh Okay Haben wir dann das Knochenmehl Aber ich geh jetzt mal pennen Beziehungsweise sag Danke fürs Zuschauen Für die Und ich hoffe euch hat die Folge gefallen Und dann nächstes Mal Äh Ja ich denk mal dann Fangen wir die Brücke an Und geh ein paar Ressourcen Farmen Und ja Dann bis zum nächsten Mal Tschüss Und dann bis zum nächsten Mal Und dann bis zum nächsten Mal